Ich rufe das Team der Landesvölkern an. Wie viele seid ihr denn heute? Wir sind ca. 27 Leute. Und die sind alle gut drauf? Die sind alle ganz gut drauf. Ich habe gerade von zwei gehört, dass die hier im Halbmarator gelaufen sind. Ich bin ganz stolz. So, komm jetzt ins Gummi. Wie läuft denn die Pressearbeit der EKM? Heute ganz flüssig. Mit genug Wasser und Obst. Ja, ach, das geht alles. Für einen guten Zweck macht man das gerne, sich ein bisschen ins Treu klingen. Aber man kommt trotzdem mit Spritzen. Und wie war es für dich? Wie war es für dich? Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ich war überhaupt nicht im Training und habe gesagt, 10 bis 20 Runden wäre mein Ziel. Oder Bändchen. Und jetzt habe ich auch fast 30. Für die Kinder mache ich das gerne. Ziel ist es, ein Spaß zu haben, gemeinsam hier einen schönen Tag zu verleben bei dem Gladische Wetter und gemeinsam hier Runden zu kaufen. Ich bin eigentlich für mich. Hallo. Ich bin eigentlich sicher. Ich bin hier noch nebenher. Und ich bin ein bisschen wie viel davon ausgeluft. Ich binけ. Ich bin eigentlich für mich. Vielen Dank.